So, jetzt bitte einmal hinter mir einsteigen. Sie sollen... Aua. Entschuldigung, Entschuldigung. Sie sollen hinter mir einsteigen, nicht bei mir. Wenn weh, sie machen halt nochmal. Könnten sie mich auch noch nie? Es gibt Ärger. Nein. Highlights vom August und so, ihr wisst Bescheid. Du weißt Bescheid. Fieger, wer ist sie denn? Aua. Ja. Was war das? Hm, was denn? Ich hab's gesehen. Was denn? Nice. Hä? Was? Hä? Warum willst du einen neuen Nachnamen? Ich will keinen neuen Nachnamen, Bro. Ich will GTA RP anfangen. Ich brauch einen Namen. Stell dir vor. Ich versuchte im Chat und Twitch. Neue Nachnamen. oder? Oh невナe. Lars Michael, danke für einen Euro. Hallo Kevin, kannst du meine Oma grüßen. Sie hat morgen Geburtstag und ich habe kein Geschenk. Oma von Lars Michael, ich wünsche Ihnen alles Gute zum Geburtstag. Ihr Neffe? Ne, nicht Neffe. Sohn? Ne. Ihr Enkel. Ihr Enkel ist ein wunderbarer Sohn. Und alles Gute. Einen schönen Tag. Hey Kato, wie lief es eigentlich bei der NTC? Hast du einen Count? Ne. Nein, nein. Ich sterbe am Fall Damage. Ich bin tot am Fall Damage, glaube ich. Ja. Äh. Oh, hier schießen welche auf mich. Timeout. Nein. Nicht jetzt. Oh. Nein. Rest. Ja, rest. Wen, wen, wen? Mich, mich, mich. Ich gehol es. One behind. Die piekt da einfach. Die piekt. Die piekt. Die piekt. Soll ich mir das restliche Eis in den Mund stecken? Ich glaube, das passt. Was? Mhm. 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 Ha, mein Junge. Halt hoch! Hui Baby! Häää? Was hat Auto ist sondern die Erde gemacht? Flopper? Mein Steck! Die Frau von der, vorhin der Hand ist wirklich geblättet! Flopper, Fafaf... Fortin! Was? Dummy ist halt 200 IQ, so er ist ja nicht umsonsten Mod bei dir. Hä? Was? Nein! Baby! Du wurdest geschittet. Huch! Du bist langweilig. Ja. Hä? 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 Achso! Editiert! Du sparst die Alter! Ich hab nicht editiert. Oh! In sein Gesicht! Was ist das für eine Lache? Stefan, du landest jetzt oben und nicht geblieben, Alter. Ja. Ah, ja. Ja, GG's. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Nee, also... Ich bin so ein guter IGL. Ich hab sie, Digga! Let's go! Lass den triple snipen hier mit einer Holzbord. Ja, okay. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Nice! Er hat so keine Lust auf dieses Spiel. Hä? Hä? Ich spiel auf alles. Er macht es gerade kaputt. Es ist kaputt. Es ist kaputt. Hier brennt alles. Hä? Hä? Wie denn? Ja, ich hab jetzt deinen Alien, ne? Es ist Mais. Ich wurde gesleeft. Jetzt mein Alien ist noch da. Hä? 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 Das war's auch. Das war's auch. Die